Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf Signal Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde gegen Jurassic World. Und wir werden den Kollegen hier erstmal kurz kaufen. So, er ist mal hier. Er ist mal hier diesen Mensch gekauft. Sind wir hier auch im Schwarzmarkt, oder was? So, nee, wir gehen jetzt hier erstmal rein. Kann man den hier auch kaufen? Ja, kaufen wir den nochmal auch manchmal. So, wir müssen hier in den Dings rein und legen dann die auch direkt hier mal los. Naja, ich weiß so vieles nicht. Dr. Grant, hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in vier Wochen packen. Dr. Grant? Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jeder Abenteuertour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Okay, jetzt fliegen wir. Wecken Sie mich, wenn wir da sind. Nicht identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Alan? 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 Äh? Das... Warum ist da ein Dino drin? Ich schätze, die suchen jemanden. Alan? 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 Was machen die da? Sie beziehen Posten, aus Sicherheitsgründen. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. Okay. Die Land... Landestelle. Schauen wir doch mal, was das hier mit uns bringt. Eric! Amanda? Ich sehe schon... Eric! So. Wir werden natürlich hier erstmal alles kaputt machen. Wir werden hier erstmal alles kaputt machen, wie wir es ja sonst immer machen. Man kennt's. Da bin ich mir sicher. Irgendjemand redet da. Mal aufhören, jetzt da zu reden, oder was? Das ist ein großes Indianer, er. Okay. Na gut. Halt! Du bist gar kein Indianer, Yudaski. Äh... Sollt ihr eine Dungel voller Saurier, was die Klo rumschreien? Ich meine, wir haben im Einbruch gekauft... Na ja. Ich komme mit Herrn! Wenn sie weiter so rumbrüllt, hetzt sie noch jeden Dino dieser Insel auf uns. Boah, wo kommen die her? Aua! Mann! Erich! 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 Ja... Kann nicht schlecht kaputt machen. Erich! Erich! Okay, wir suchen anscheinend irgendjemanden. So. Okay. Hier gibt's irgendwas mit Strom. Boah, die ruft alle 10 Sekunden nach dem, ey. Wenn ich mir gerade noch frage, ist, hier ist so viel zum Abschieben. Ach, der kann das. Okay. Warte mal, ich werde jetzt hier mal kurz hingehen. Aber, aber kann er auch hier gehen? Nee. Okay, er kann nur so orangene Dinge, die hier sind. Ich verstehe. Okay. Okay, okay, okay. 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 Ich höre hier schon wieder einen Dino. Was ist das für ein Geräusch? Okay. So. So. Bruder, der zeigt mir hier gerade alle 10 Sekunden an Codierung überlastet. So. Sorry, wollte ich nicht mehr machen. Okay, so. Jetzt haben wir alles. Jetzt brauchen wir einmal diesen Typen hier. Erich! Hä? So. Mann! Nimm den. Ich klettere hier hoch. Okay. Mann, was ist das hier? Was ist das hier? Okay. Okay. Das waren Kompsognathus. Wo sie dann nicht gestioniert waren, weil wir irgendwo, oder dass sie so fest zubeißen. Los, rauf hier! Was ist das hier? So, jetzt! Ah! Ah! Hat mir auch noch gefallen. Okay. So. Oha! Ich bin den Kollegen hier. Ah! Ja, aber wie soll ich denn jetzt da hoch? Wenn er mir sagt, dass er rutschig ist. Wenn er mir sagt, dass er rutschig ist. Okay, so komme ich da hoch. So. Ach, der ist der Typ, der den es hier reparieren kann. Oder was ist mit dem Fallsturz? Ah! Und jetzt komme ich hier hoch. Eric! Okay, das fliegt jetzt weg. Die wundert sich, warum da jetzt was geflogen ist. Ah! Oh! Seid ihr echt alle zu blöd dafür, oder was? So. Was? Er sagt, dass das keine gute Idee ist! Was? Er sagt, dass das keine gute Idee ist! Was ist keine gute Idee? 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 Los, wir müssen wir erreichen! Okay. Och, hier seid ihr immer noch hier unten. Ich brauche den anderen Kollegen. den hier. So. Laufen sie alle hier mit mir. Wir müssen hier hoch. So. Okay Leute, ich will mal sagen, ich mach mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. So, jetzt habe ich den Cut mit Treffer gebaut. Irgendwas kommt da glaube ich gerade. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft es schon allein! Das ist super! Ja! Autsch! Wer hat das Satellitentelefon? Ich Sekunde! Jetzt hängen die da fest! Oh Mann! Ähm! Da ist der Dino! Ballermann raus! Der hat das Satellitentelefon weggeschmissen! Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Okay, wir sollen hier irgendwie wegrennen. Okay, wir sollen hier irgendwie wegrennen. Okay, okay, okay. Okay, okay. Noch ist alles im Grünbereich. Okay, doch nicht mehr. Uäh, er ist immer näher, aber hallo! Jetzt erwarte ich eine Erklärung, Mr. Kirby Ha, den noch abgespissen Okay Leute, ich würde sagen Das war's mit dem Video, wenn es euch gefallen hat Lasst gerne liken, Abo und Kommentar Schaut außerdem auf meinem Discord-Sollower vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt Aktiv die Linken, wir können nicht kein Video mehr verpasst Habt einen Traumertag, haut rein Leute, euer Sandro Ciao, ciao